Der Strahl ist der dreieckige Teil der Hufsohle, der vom Ballen ausgeht und einen großen Teil der Sohle einnimmt. Er hat eine weiche und gummiartige Konsistenz. Doch mit Seilen kann es hier Probleme geben, wie etwa Strahlfäule, die sich unter anderem durch ihren üblen Geruch bemerkbar macht. Die Verwendung von Vilate, einer wässrigen Lösung auf der Basis von Kupfersalzen, hat eine reinigende und schützende Wirkung, dient der Entfernung von schädlichen Mikroorganismen, Pilzen und Bakterien vom Huf und vom Strahl und sorgt somit für eine optimale Hygiene des Pferdehufes. Nach der gründlichen Reinigung mit dem Hufgratzer wird Vilate auf den Strahl und in die Strahlfolien aufgetragen. Regelmäßig angewendet hat diese Lösung eine reinigende und desinfizierende Wirkung und dient der Sauberkeit und dem Schutz des Strahles. Bei Bedarf kann man auch einen mit Vilate getränkten Wartebausch über Nacht auf dem Ruf belassen.